Meine Lieblingsmoderatorin, die Lissi Engstler, das ist ein interessanter Beitrag jetzt. Sie hat eingeladen drei Volksmusikanten und kurz nachdem sie sich hingesetzt haben, flatuliert einer von ihnen, deutlich hörbar. Und die Lissi versucht sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Hören Sie jetzt bitte genau zu auf den Furz des Volksmusikanten. Ja, vielleicht sind wir ein bisschen da. Leider eines von den drei Mandeln hat leider Gottes gesundheitlich jetzt ein bisschen ausgeschieden. Können wir das bitte noch einmal zuspielen? Es ist nicht zu glauben. Aber sowas kann passieren in einer Live-Sendung. Man setzt sich hin, will gute Figur machen und dann das. Ja, vielleicht sind wir ein bisschen da. Leider eines von den drei Mandeln hat leider Gottes gesundheitlich jetzt ein bisschen ausgeschieden. Es kann schon mal passieren. Menschlich, allzu menschlich würde ich sagen. Das darf passieren.